In dem heutigen Video zeige ich euch den größten und besten Glitch, den ihr aktuell in der Version 1.1.2 ausführen könnt. Mit diesem Glitch könnt ihr innerhalb von nur 10 Minuten die maximale Anzahl an Rubine erhalten. Und ich meine hier nicht 10.000 oder 20.000 Rubine, nein, ich meine wirklich die maximale Anzahl von 999.999. Wie ihr auf der Karte sehen könnt, befinde ich mich hier beim Turm am Spähposten, genauer gesagt ein bisschen weiter südlich bei der Pferdestation. Mein Pferd Pünktchen habe ich hier schon geparkt und wie ihr Pünktchen erhalten könnt und auch diese Pferdestation freischaltet, dazu habe ich bereits ein Video veröffentlicht, klickt jetzt mal oben rechts. Im Vorwege ist es wichtig zu erwähnen, dass ihr Pünktchen jetzt genauso wie ich hier parkt, er muss ein kleines Stückchen vor dem Pferdestall stehen, denn wir müssen jetzt von hier oben, vom Dach aus, direkt auf ihn rauf springen können. Und zwar wenn ich hier runter gehe, müssen wir direkt drauf landen. So muss das Ganze aussehen. So solltet ihr das jetzt einmal vorbereiten. Dieser Glitch funktioniert natürlich auch mit jedem anderen Pferd, es muss nicht Pünktchen sein, ihr benötigt halt hier nur den Pferdestall zum Runterspringen, richtig positioniert und dann kann das mit dem Glitch hier auch schon losgehen. Fangen wir an mit dem Glitch. Ihr müsst eine Waffe dabei haben, so wie ich. Kann eine Lanze sein, kann ein Schwert sein, ganz egal. Dann klettert ihr hier einmal hinauf, drückt jetzt die Taste R und danach das D-Pad nach oben und wählt ein Material aus. Haltet ihr das in der Hand, geht hier runter, dann springt ihr hier runter und in der Luft drückt ihr Plus. Es öffnet sich euer Menü, ihr wählt jetzt 5 Diamanten aus und nehmt diese in die Hand. Wenn ihr das überhaupt jetzt könnt, diese Diamanten in die Hand nehmen, dann seid ihr auf dem richtigen Glitchweg. Drückt jetzt die Taste Minus und wählt euer Tagebuch aus, geht ganz nach unten auf Abenteuer Erinnerung und wählt das Video Erwacht aus. Sobald das Video gestartet ist, könnt ihr es auch schon wieder mit Plus überspringen, das braucht ihr euch nicht zu Ende ansehen. Ihr gelangt zurück in das Menü und drückt jetzt die Plus-Taste. Nehmt erneut 5 Diamanten in die Hand und drückt dann die B-Taste und wenn alles geklappt hat, so wie bei mir, dann könnt ihr sehen, dann rollen da hinten jetzt eure Diamanten weg. Der Glitch hat funktioniert. Das war jetzt aber nur der erste Teil. Ihr dürft jetzt weder vom Pferd absteigen, noch abspeichern, gar nichts machen. Ihr reitet jetzt genauso wie ich hier vorne einmal nur zu der freundlichen Verkäuferin. Je nachdem, wie weit ihr jetzt im Spiel seid, stehen hier ein oder zwei Frauen. Ihr müsst auf jeden Fall zu Mups. Sobald der Name über ihr steht, drückt ihr jetzt die Taste R, die Pad nach oben, wählt ein Material aus und schon könnt ihr mit Z, L und A mit ihr sprechen. Den kleinen Dialog könnt ihr jetzt vorskippen, bis ihr zu dem Menüpunkt kommt, Kauf von mir. Hier wählt ihr jetzt eure Diamanten aus. Ihr hättet im Vorfeld auch Opale oder sonstige Items auswählen können für diesen Glitch. Wir haben uns aber selbstverständlich für Diamanten entschieden, da sie am wertvollsten sind und somit am meisten Rubine beim Verkaufen ergeben. Dass der Glitch weiterhin funktioniert, erkennt ihr daran, dass meine Diamanten blau unterlegt sind. Und da steht auch noch X5, bedeutet ich halte weiterhin 5 Diamanten in der Hand. Ganz wichtig, ihr dürft die Diamanten jetzt nicht einzeln verkaufen, sondern ihr müsst auf Alles verkaufen klicken. In meinem Fall verkaufe ich jetzt natürlich mehr Diamanten, als ich Rubine erhalten kann, aber das ist völlig egal. Denn nach dem Verkauf geht ihr mit B zurück und startet erneut an den Verkauf, klickt wieder auf Kauf von mir. Und wenn ihr das macht, dann werdet ihr sehen, ihr habt eure Diamanten gar nicht verkauft, ihr besitzt sie immer noch. Was für ein genialer Glitch. Somit könnt ihr, wie ich bereits erwähnt habe, innerhalb von 10 Minuten die maximale Anzahl an Rubine erhalten. Ganz egal, ob ihr jetzt 10, 20, 50 oder 100 Diamanten besitzt, ihr könnt sie immer wieder verkaufen, bis ihr dann 999.999 Rubine besitzt. Wenn ihr jetzt genug Cash gemacht habt, könnt ihr das Ganze mit B beenden, geht dann noch einmal auf Wiedersehen, damit ist der Glitch vorbei. Ich wähle noch einmal für euch mein Menü aus, dann könnt ihr sehen, ich habe nach wie vor die Diamanten in der Hand und wenn ich die jetzt zurück in mein Inventar lege, habe ich wieder 996 Stück. Mit dieser Anzahl habe ich auch das Video begonnen. Das soll es dann auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Macht diesen Glitch schnell nach, denn so einen großen Glitch kann ich mir nicht vorstellen, dass der in der nächsten Update Version noch funktionieren wird. Also holt euch schnell die maximale Anzahl an Rubine. Zum Schluss möchte ich mich bei euch noch fürs Zusehen bedanken. Wenn ihr wollt, lasst noch gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, werdet Mitglied, um mich tatkräftig zu unterstützen und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss und tschau, euer ShurTalk. Bye, bye.